Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von ähm Shiny Varo Wir dollen auf den Server in 3 2 1 O Ö Stark Jeann Netter Abfahrtspaß Na wir müssen ethicsohrus noch Und dann Halt ost hospitalized Mit Fire S Zou Karti Quez hat schon ich meine mir wahrscheinlich gratis tag hat p4 nein das ist das weiß man jetzt schon weil die folgen online sind also bis die folge online kommt sind seine folgen bis dahin auch online ja wir wissen das natürlich durch deine folgen digga es darf kommen ist ja überhaupt hat ich brauche er war peck ist geil das meiste kannst du kurz endstoff stellen dann kann ich vielleicht gucken ob ich zwei machen kann ich nicht wieder von was wenn ich der beste mein kopf da war kannst du öfen aufstehen hier kann schon auch es scheint hier warum mit kampfkürbis plug-in mann ich zeige ich möchte man muss gleich gleich kalt oder was nicht was nicht es ist nice heute so wenn ich gucke die band werde scheinen die war uns mit kampfkürbis taggen ist es mit schucke du hast gesagt es ist mit kampfkürbis ich weiß ich dachte es ist eigentlich auf das iron beraten weil ich dir gedroppt habe egal ach so das ist iron ich sag das gold oder ist das gold auch aber das iron liegt drin was was hast du für ein schwertzeug in chapter ja reisen schlecht ja unser staff ist auch kacke schwache leistung und schwache leistung ihr dick ein mit ich hier kann ich auch alles schaffen schwache leid reden schwache leistung ich habe nicht das göttliche augen ich kann ich nicht sehen ja ich doch auch nicht ab du was er denn hier gemacht starke spiegel ja untersucht emil und so aber die sind die eigentlich sind die nicht wirklich weit weg aber er findet ihr einfach nicht ist ja wo dieser stumpf ist ja ja also dieser eine sind bei dem berg ja dahinter tiendi das ist richtig Norden oder in Osten 1 von Baden Westen ich soll gleich mal oder was ja Nordwesten so hatte ich im Kopf und das ist ein Westen davon ja stimmt bei Nordwesten ist diese Kiste da und der Berg Norden Berg ist Norden so stimmt ja Berg ist 3 Euro die erste Mal wer joinen ich will ich will fetzen ich will eigentlich auch fetzen der wir haben nicht gleich war oder join der weist wenn es jetzt Felix topkiller weißt du dass das war irgendwie nicht irgendwie nicht ganz stimmt hier was läuft hier ganz deutlich falsch und fisch hat eigentlich mehr als ich das läuft auch falsch nix da ist alles richtig so nehmlich ja die haben feier 2 scharpfen feier 2 du bist ein großer hurensohn der ist aber eine nutze wir reden nicht drüber muss man nicht wer ist schojo nein floh verstörter es gibt tausend flohs hier junge flohs es gibt es gibt es gibt drei wir haben die uhrweit verbreitet in diesem ganzen war so floh floh lucas und andere das die größten ist die namen die die meisten spieler bis was für andere nur weil du andere heißt okay ich darf einfach danke dafür es war ein joke die gaben wie soka und shadow adressen auch so dann heißt es doch in der warte da ist doch dieser ungeleaktyp oder der mädter von ich weiß nicht der ist der wasser andere heißt andere rolle rolle sagt rolle rolle ich fahre mir grad bei deutschland 4 und lucas heißt gefühlt wirklich die halbe varus-säne panda hm heißt panda lucas ja nein der heißt matthew 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 tja das matthew aus dem spiel wäre gar nichts getan doch erlebt ok ok tja 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 Wie viel Gaps hast du denn mittlerweile? Ich habe immer noch 2 Ich habe immer noch 2 Ich mach mir noch keine Gaps gerade Ich habe 1 Stake OP Gold Äpfel Was wird die machen? Ich habe Böller bekommen von Creeper Wie viel Gold hast du? Ja Böller Digga Ach schluss, es gibt ja Böller in Minecraft In Tiny Warter gibt es Böller Danke für die Antwort Was? Wie viel Gold hast du? 7 1 1 1 Ja, ich bin absolut der Beste Du bist so heftig Ich weiß nicht Ich wüsste nicht, was Nice ohne dich tun würde Ja wirklich so, ich carry den Junge, er hat 1 Kilo mehr als ich Ja, du wurdest fett durchgetragen Ja, das hat wirklich den Yeet-Varo zu mir gesagt 1 Kilo mehr, du wurdest so fett durchgetragen Ich hatte 3, du hattest 1 Was willst du? Ich hatte 4 im Endeffekt Nein, darfst du nennen Du hast mir 4 Y Y One Hit gecleant Y Y Y Y Äh zu spät gejoint Ja, deine Mom hat letztlich Du bist früher gejoint Sonst hätte ich überlebt Ja, was kann ich dafür, dass du früher joinst Was kann ich dafür, wenn du ein Hurensohn bist? Deine Mom Wir brauchen noch 4 Äpfel Wir brauchen 4 Äpfel Wir brauchen 4 Äpfel Fortnites, was willst du tun jetzt, hä? Wir brauchen noch 4 Wir brauchen 4 Äpfel noch, Fischi Wir brauchen 4 Äpfel noch, Fischi Ich hab mich komplett geprankt Digga, es ist halt wieder so dreckig, dass Tage wieder so stacked ist, Mann Ich hab mich nie geprankt Digga, du fullinsch immer, du bist immer stacked Fischi Ja, aus dein Leben, Varo Ja, danke, es liegt an dir Ja, Snice, was teamst du mit ihm, ganz ehrlich? Wirklich so Mann, und ich wechsde Okay, wir haben jeden Apfel jetzt Wir haben genug Äpfel Snice hättest mal lieber mit mir teamen sollen, ganz ehrlich Mit mir? Naja, f*** dich Wurnsohn Ähm Wir haben genug Äpfel Ah, Fischi, gib account, dann teamt er mit mir, lol Warte, bin ich halt dumm Na, ich bin Half-Pier Ich bin Half-Pier 2 Jo, Fischi, äh, Snice Jetzt, äh, renn weg Safe Nein Der bleibt hier Er hat 13 Gap für sich alleine Tuck Ey Lass mal, lass mal morgen fighten Ja, morgen zwei Folgen Dann könnt ihr vielleicht sogar looten, wenn die auf Kick spielen Ja, oder rejoinen Pfff Hätt ich das getan, ich hab Fischi nie wieder mit mir geredet Was ist grad passiert? Nix Okay Soll ich mir Angst noch? Nein, das war Daniel Das war Daniel Das war Daniel aus dem Spiel Daniel, wenn du das siehst, du bist nett Ja Oha, was ne Ehre, Mann Gäbe, ist denn Daniel in der Waro-Szene? Ja Daniel ist mein Kollege in real life Da Guter, guter Meinkauf da Okay, wollen wir netter gehen? Wir haben genug Äpfel Jaja, ich farm hier grad nur Food Weil ich hab 3 Food Wann kommen die Folge? Weil ich hab 3 Food Okay, ich hab... Okay, ich hab... Ich hab eh genau gleich viel, deswegen ähm... Ja, okay, wir können netter gehen Machst der Spawn Ja, rechts ist irgendwas Was ist? Der Spawn ist direkt da, du Genius Achso Guck mal, das sind... Guter Spieler Das ist ne Rakete Ne Rakete Das ist... Das ist... Das ist... Das ist ein Leuchtturm, du Das ist ne... Das echte Rakete Echt? Titel für die Folge Leuchtturm oder Rakete Was glaubt ihr? Schreibt's in die Kommentare Oh mein Gott No clickbait Du hättest auch einfach sneaken können, Snays, ne? Was? Was hätt ich... Guter Spieler Was hätt ich mal... Er hat das... Er hat das Schwein angefickt Ist das schon mit Serienlos? Was zum... Was? Junge bitte Gibt's doch ein Intax, der Scheiße Intax? Welche Intax? Welche Intax? Welche Intax? Intax vor allem, Digga Inder 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 Danke. Das war zu spät. Äh? Wie? Ich war... Wenn, dann zu früh. Ich hab euch noch falsch gefragt. Okay, soll ich nether gehen? Ja, man, Walla. Ich bin schon nether. Achso. Achso, wusste ich. Ich hab K-Shop 4. Okay. Walla? Walla, K-Shop 4. Du musst Walla sagen. Hast du Walla gesagt? Ja, ich hab Walla gesagt. Walla? Digga, im Match kommt es hier im Klassenkammerat von mir an. Digga, wie cringe. Du bist so lang gelaufen. Geradeaus. Äh. Links, rechts, Aferk. Warte. Äh, Richtung. Westen. Geradeaus. Tourreaktion Raptor. Was ist die Fightin? Spawn. Cook spawn. Nein. Komm nicht spawn. Snack, nice. Spawn. Irgendwann fällt mir ein, dass es mir fast kein... Ohren. Cook on. Ah, das ist Jesus. Spack nach Fitte. Nach Fickte. Was? Ficken. Hab mal Sex. Darf ich fragen? Darf man das? Ja, darf man. Man darf Fight fragen. Einmal random nix im Chat. Zwei Sekunden später Sex. Snack kann's halt. Ich bin ja das bessere Minecraft. Ja, fight immer Tourreakt und so. Ja, machen wir auch. Ich bin scheiße in Fortnite. Die haben vier Kills, Digga. Woher? Ich will Schad vier haben. Und eigentlich muss ich eigentlich Feier noch haben. Aber Schad vier will ich noch haben. Warte. Digga, was für zwei Level, Digga. Was ist das denn für ein Bucher? Mir fehlt auch zwei Level. Bucher. Da oben schaffst du die Folge nicht mehr. Ich glaub, die denken, dass ich Köln spiel. Frag nochmal. Spam's richtig rein. Hey. Okay, die denken am Ende, dass ich Köln spiel. Schieb's richtig rein. Ich hab zwei Gaps. Egi. Wir haben doch genug Gaps, wir haben beide gleich viel Gaps. Ja, ich hab zwei Hurensohn. 13. Ja, der ist so feier aufgeteilt. Starker Spieler. Ja, True, Digga bekommt die meisten Gaps. Hä? Hä? Wer den MLG nicht hittet, meinst du? Ja, True. Auch schon. Sniice macht am anderen MLG runter. Ja, safe, weil man dann den MLG machen kann. Wenn du den hittest, 10er. Okay. Ey, warte, wenn Sniice jetzt stört, Rejoining, dann hab ich Full Pro 3. Den MLG von da oben, ich sag Quatsch, ey. Das ist 10er. Irgendwas für Windows, Viren betrogen. Verarschen. Wir haben eine... Ah, ich wurde gehackt zum nächsten Partei. Schade. Sniice, wenn du den MLG da jetzt hittest, 10er. Wollen wir gucken, ob die spawnen sind? Ja, guck mal. Warte, ich will nur... Mach MLG runter. Nein. Warte, nenn den Titel bitte. Shiny Waro 8, schaff ich den MLG. Ja, was ist mit dir? Wie viel Autismus soll in einer Person vereint sein? Digga, warte, warte, warte. Geh spawnen, schnell! Perl, Perl, dich! Bist du der Mensch? Ja. Oh, ich hab ihn. Okay. Rejoin. Das war's mit der Folge Fortnite-Fahrung. Ja, das war's. Ciao, Jungs. Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.